Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Start ist frei, drittes Rennen der Preis von Nizza mit insgesamt acht Teilnehmern, nachdem die fünf hier gestrichen wurde. Die eins Powerpoint, Carlin Swann, die zwei Kanter, du Paul Kusträter, die drei Kanz, Jean mit Julia Holz, die vier Tourix und Sina Barofolo, die sechsten En Vogue und Tom Karten, die sieben Tassilo, Immo Müller, die acht Karil G. Greenwood, Emma Stolle und die neun Hannah Haseler mit Christoph Peller. Ausgangs des Todes, aber Tassilo weiterhin an der Spitze, jetzt auch nach 500 zurückgelegten Metern. 1,10,8 wurden davor gelegt, 1,10,8. Tassilo, drei Lehm vor En Vogue an der Spitze, dann Kanz, Jean und dahinter dann ist Kanta, du viertes Pferd. Fünfte Position gehört Anna Haseler, dann Powerpoint und dann Karil G. Greenwood. Um Sina Barofolo noch eine Runde zurückzulegen, Tassilo weiter in vorn, hier ist den Punkt durchaus auf einem relativ hohen Level, immer noch zwei, drei Längen bis zu En Vogue, dritte Position und verhindert für Kanz, Jean, Platz vier, dann für Kantadu, dann Hannah Haseler, dann Powerpoint und dann Karil G. Greenwood. Powerpoint meldet sich da zu Wort, Tassilo einen zu Zielgeraden noch vorn, aber Karil G. Greenwood kommt Meter für Meter näher heran, ist jetzt bereits auf Sichtweite. Innen Tassilo außen, Karil G. Greenwood ganz an der Außenseite, dann Powerpoint, Karil G. Greenwood vorbei an Tassilo, Tassilo löst sich hier, macht sich zu einem leichten, zu einem überlegenen Sieg frei, dahinter Kantadu mit Tassilo im Kampf um das zweite Geld, aber Karil gegen den Mund, überlegene Waren hier, gewinnt vor Kantadu, dann Tassilo, auf dem vierten Platz ist es Powerpoint vor Kanz, Jean und die letzte Zwischenzeit als 18,6. Die letzte Zwischenzeit als 18,6. Das ist ja ein Vollpaket, oder? Ja, es ist nicht lang, dieses Mal wieder, weil ich heute mit den Haaren bin, weil ich immer so kenne, dass ich ein Pferd schweig habe, aber man kann nur noch übergeben. Es ist schon mal gut, es hat alles super gemacht, das ist wirklich so lieb. Naja, es ist einfach nicht so lieb. Wir sind stolz, dass wir die Bezüchter hier sind, die uns auch total immer anfeuern und verfolgen. Wenn ihr gerade seid, liebe Grüße, das hat sich aber auf jeden Fall für euch und meine Eltern, ganz schön, sind heute auch hier. Und wir waren erst gut und es ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Und jetzt tut auf jeder deutschen Haaren von den Frauen und den Frauen angewündet, dass man sich auch nicht bestätigt hat. Das war jetzt, wenn wir nicht rechnen, zwei Serien, und bis jetzt, dann weiß ich es schon in diesem Jahr. Ja, das Jahr hat so viel angefangen, dass all die Menschen haben gesucht. Das ist aber mal eine Auffassung. Die Neunterein, liebe Emma, steuerst du? Emmi, du? Kann ich nur kurz darauf sagen, denn es ist ja unser erster gemeinsamer Aufwärter im Betriebe. Es ist super einfach, warum sie jetzt zweimal eine Rente schwimmen ist, weil wir eine glatte Leistung haben, auf jeden Fall schon mal. Vielleicht ziehen wir uns ja dann nachher nochmal. Einen herzlichen Applaus, bitte. Herr Kämmerstolle und ein wirklich starkes Parallel gegen Wien.